Die wunderbare Jamie Alexander, welcome in Cologne. Den Unglaublichen, Johnny Knoxville. Und er hat uns versprochen, Johnny, good evening again. Er hat uns versprochen, I'll be back and he's back. Stand up for Arnold Schwarzenegger. Good to see you again. There is the microphone. First of all, you never know if he answers in German oder ob er auf Deutsch antwortet. Ganz herzlich willkommen in Nordwest Österreich. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und das Wichtigste vorab. Wie war es heute im Kölner Dom? Es war wunderschön. Ich war sehr glücklich, dass ich jetzt wieder hier bin in Deutschland. Und speziell mit meinen Kollegen, mit der Jamie Alexander. Und of course, unser genius actor hier. I mean, he is really fantastic. He is einer der hervorragendsten Schauspieler. Und wie gesagt, für mich ist es sehr schön, dass ich jetzt beide hierhergebracht habe und dass wir jetzt eine Premiere haben, weil die deutschen Fans sind für mich immer wichtig gewesen. Schon in meinen Bodybuilding-Tage von 19. bis zum 21. Lebensjahr habe ich in München als Trainer gearbeitet in einem Bodybuilding-Studio. In der Zeit habe ich zwei Mr. Universum-Titeln gewonnen. Die wurde dann der jüngste Mr. Universum aller Zeiten. Und die Fans waren damals schon immer die loyalsten Fans, die deutschen Fans. Und dann später auch in Schauspielen, in Showbusiness waren die Fans immer loyal und haben mich zu einem internationalen Box-Office-Erfolg gemacht. Und ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken und deswegen war es für mich sehr wichtig, dass ich hier nach Köln komme. Und Andreas, recht herzlichen Dank, dass ihr uns hierhergebracht habt. Und auch zu euch recht herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. Danke vielmals. Das stimmt, aber wenn man so einen Schauspieler hat wie Johnny Knoxville, der so lustig ist, dann ist man nicht nervös. Er nimmt das weg. Also das ist nämlich ganz klar, wenn man von Politik wieder auf das Schauspielerische umsteigt, ist man am Anfang ein bisschen nervös. Wie das hinhauen, sind die Leute noch interessiert an deine Filme. Aber wie gesagt, nachdem ich Expendables gedreht habe mit Sylvester Stallone, das war ein Warm-up-period für mich. Und dann bin ich von dort direkt, von Bulgarien, nach New Mexico und habe den Film gedreht, den Last Stand gedreht. Und vielleicht ist das die beste Grund, um nervös zu sein. J.M. Alexander, wie war es mit Arnold Schwarzenegger während der Schauspieler? Well, I want to borrow that. It was amazing. The first day I met him, I was very nervous, and he came up to me and said, are you ready to have some fun? And I smiled, and I was like, okay, good, he's funny, he's nice, I'm so relieved. And every day that we worked together, he was so generous in giving as an actor and as a human being. And it really taught me a lot about the respect that you should have for the people that you work with, and that it takes a lot of people to make a movie, not just one man. So it was a great, great experience for me. And it's a great experience to watch Johnny Knoxville later on as a crazy gun guy in the movie. You will love it. He's famous for being Mr. Jackass, and what was the main difference for you acting in such an action movie with Arnold Schwarzenegger? Well, I just want to first of all say, I'm so happy to be in Cologne. We all are. Thank you for having us. Thank you for the wonderful premiere. I hope you're back here much more. So thank you. And the main difference between this film and Jackass, well, in this film, we didn't stick any little toy cars up anyone's behind. So that's a big difference. No little cars, bigger cars. Well, that would be a bigger stunt. But in Jackass, all the stunts are designed to fail. So in the last stand, we tried to succeed doing the stunts. So Arnold would, you know, point those things out to me when I was getting ready to do a stunt. And he was very kind and so wonderful to work with. So, yeah, it's Johnny Knoxville. Jamie, I want to give you this so you remember us in a good face. And thank you for coming.